Musik 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 Wir gehen heute auf die Hinnenbahn. Die Wohnungen gehen separat mit dem Handy. Sie gehen nicht auf die Hinnenbahn. Wir sind etwa 10 Minuten, wir gehen jetzt und auf die Hinnenbahn gehen wir etwa 4 Stunden laufen. Musik 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 Ich bin nicht mehr. Was ist das Gefühl, wenn man losläuft? Es ist gar nicht angenehm. Ist es okay? Nein, wenn man so ein Kind spitz gewohnt ist, und ein Kind muss erlangen. Möchtung. – Es ist ein Kind und das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Ein Kind wird erlangen. Der Anteil 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 des Cass Keyes Dann ist der Anteil der Anteil des Passagiers. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Musik 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 Ich kann euch allen recht herzlich danken. Wir sind nur 30 und wir sind etwas über 60. Wer kann das holen? Es war ruhig, damit alle die Fragen verstehen. Das Megafon haben wir mitgefunden. Das ist schon ein Problem. Aber ich denke, das gehört so für die Kinder. Das würde meine Weislinger werden. Wer ist die schnellste Thunermeitsche 2017 über 1000 Meter? Leonie, du, was machst du? Die Woche startet mit, wer vor dem Steffen Thäler schon das All-Plex-Präsidium hatte. Wir sind auch mit dem Steffen Thunere. Wir sind in der ersten Reihe, der Sie mit dem Steffen Thuner-Plex. Wir haben einen kleinen Steffen. Wir sind in der ersten Reihe, die wir mit dem Steffen Thuner-Plex. Wir haben eine kleine Steffen Thunere. Untertitelung des ZDF, 2020